Boateng, Draxler, er könnte passen! Und was für ein Tor! Da steckt seine Position, der Mannschaftskapitän macht ein schönes Tor. Ja, und ein wichtiges und genau in diesen Momenten auch die Mannschaft den Schiff. Nochmal das Tor aus anderer Kameraperspektive. Der FC Schalke 04 hat jetzt die Nase vorn, liegt jetzt in Führung. Ein Torvorsprung für den FC Schalke 04. Sie können noch scheitern. Und der Schiedsrichter gibt Vorteil. Und ich denke, das macht er genau richtig, Spielfluss zulassen. Und nun Jefferson Verfahren. Schuss und! Und er trifft! Das ist sein zweiter Streich heute. Und wir sind gespannt, ob er nochmal zuschlagen kann. Ein klasse Tor von Unterlein. So macht das ein Weltklasse-Stor. Und hier nochmal das Tor aus anderer Perspektive. Aufmerksamkeit ist die Aus extras. Sie können genau für 8. Aufmerksamkeit Labourer Nachrichten. Vielen Dank.